Wir hören, wie geht's mir nicht so gut? Ich frag mich, was das ist, wahrscheinlich ist das nie so oft irgendeine Itis, treten die Symptome auf, dann zittere ich schon, hoffentlich ist das kein Anzeichen für Parkinson. Ich frag mich, was das ist, wahrscheinlich ist das kein Anzeichen für Parkinson. Ich frag mich, was das ist, wahrscheinlich ist das kein Anzeichen für Parkinson. Ich frag mich, was das ist, wahrscheinlich ist das kein Anzeichen für Parkinson.